Ist aber ein bisschen boshaft. Als Gott der Herr die Welt erschuf, schuf er zuletzt den Mann. Dies zeigte klar und deutlich an, dass er doch schon recht müde war. Und als er sein Geschöpf beäugte, missfiel ihm dies, missfiel ihm das, und an dem ganzen Manne taugte nur eine einzige Rippe was. Auch diese ward ihm noch genommen. Und eine Frau daraus gemacht. So sind wir später erst gekommen. Geschaffen aber mit Bedacht. Das war's.